Bruder, wie kann man, 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 Oh mein Gott. Wir sind raus, aber ihr habt Glück, ihr habt Glück, weil Willi ist auch rausgeflogen, Willi war glaub ich Imposter, jetzt spielt weiter, es ist nur noch ein Imposter. Es ist nur noch ein Imposter drin, ich verabschiede mich eh. Wenn man schreit im Jettrack, hat man hier recht oder was? Was ein Elu der Senne, jedes Mal schreit da einfach nur, ich seh den ganzen Tag nur irgendwelchen Schreikolz. Das ist ganz so ein Sinn, wenn ich sage, das ist nur dein Imposter-Sau, das kann doch nicht sein, der schreit einfach jeden Tag und wenn man schreit, hat man recht total, das ist so nervig, mich nervt das, du bist der Dumme, bist der dumm. Jungs, sehr schön, sehr schönes Gespräch, sehr schönes Gespräch, sehr schönes, sehr schönes, sehr schönes Gespräch. Ja, ich muss mich eh, oder ich... Du wartest noch bis Ende, weil du gucken willst, ob du noch die 5 Sub kriegst, Digga.